Die Karte zeigt die beiden größeren Städte Langenbielau und Reichenbach. Der Standort, von dem der Film ausgenommen worden ist, ist ungefähr südöstlich von Langenbielau. Wir werden dann nicht nur das Eulengebirge mit der Hohen Eule, sondern später auch im Hintergrund, am Horizont, den Zopten, den Geiersberg und die Költschen Berge sehen. Die Hintergrundmusik ist in Ausschnitten dem Internet als Werbung für die Musik-CDs entnommen. Die Original-CDs mit vielen weiteren Liedern können bei den Herausgebern erworben werden. Und nun wünsche ich Ihnen viel Unterhaltung und schöne Erinnerung bei der Betrachtung des herrlichen Eulengebirgs Panorama. Diese Karte finden Sie im Internet bei Google Earth. Im Zentrum liegt Reichenbach, oben rechts ist das Gebiet des Toppens. Und nun beginnt der Film von Wojtek Jaworski mit dem Panoramablick auf die Kette des Eulengebirges. Unser Standort ist circa südöstlich von Langenbielau und wir sehen auf dem Bild in der Mitte die neue Umgehungsstraße um Langenbielau. Im Hintergrund, jetzt taucht ein großer Komplex auf, das scheint ein Industriebetrieb zu sein und das ganze Gebiet ist momentan in der Bauplanung und wird neu erschlossen. Die Wirtschaft und Industrie boomt. Rechts von dem Gebäude ist die Maria Himmelfahrtskirche zu sehen, die noch einmal in den Film eingeblendet wird. Das ist also die Maria Himmelfahrtskirche im Zentrum von Langenbielau. Hier die Korpus Christi Kirche von Langenbielau. Die Firma Dirig war seinerzeit die größte Textilfabrik Europas. Hier spielt sich auch das Drama Die Weber von Gerhard Hauptmann ab. Diesem Ereignis wurde ein Gedenkstein in deutsch-polnischer Sprache gesetzt. Wer sich näher über die Geschichte von Langenbielau informieren möchte, kann unter www.kreis-reichenbach.de in der Homepage des Heimatbundes sehr viel Wissenswertes über Langenbielau und die umliegenden Städte des Kreises Reichenbach erfahren. Wahrzeichen der Stadt ist der Eulenbrunnen, der hier abgebildet ist. Die höchste Erhebung des Eulengebirges ist die Hohe Eule. So nennt sich auch die Heimatsreitung des Kreises Reichenbach, herausgegeben vom Preußler Verlag in Nürnberg. Wer diese Zeitschrift abonnieren möchte, kann sich gern an den Verlag wenden. Am rechten Bildrand taucht am Horizont das Kölschener Gebirge auf. Und wir sehen direkt auf diese Berge. Dann kommt ein kleines Tal und nun erscheint am Bildrand das Panorama der Kreisstadt Reichenbach. Mit seinen beiden Kirchen, der St. Georgskirche und der Gotthard-Lankhans-Kirche. Nun rückt ins Zentrum des Bildes am Horizont der Heilige Berg der Kreisier der Zoppen. Es ist die größere Erhebung auf der linken Seite mit dem Funkturm. Daneben, die Spitze des Berges, ist der Geiersberg. Und rechts davon sehen wir in die Ebene hinunter nach Lauterbarsch, Heidersdorf und in Richtung Dreschlau. Im Vordergrund sehen wir das langgestreckte Peilau, was sich aufzeigt in Oberpeilau und Niederpeilau. Am Horizont der Wald ist der sogenannte Wuhlwald und wir sehen da in Richtung Gütmannsdorf, Olbersdorf, Dürrlagsdorf und so weiter. Vielen Dank für den schönen Film, Wojtek Jaworski und Glück auf Schlesien. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Nach meiner Heimat Da zählt's mich wieder Es ist die alte Heimat nur Dieselbe Lust, dieselben frühen Lieder Und alles ist ein anderes Dorf Die Quellen rauschen wie meist vor Jahren Im Wald springt Im Wald springt wie einst das Heer Von Ferne höre ich Heimatglocken läuten Die Berge glänzen weiß wie Schnee Von Ferne höre ich Heimatglocken läuten Die Berge glänzen wie Schnee Die Berge glänzen weiß wie Schnee Die Berge glänzen weiß wie Schnee Die Berge glänzen weiß wie Schnee Es war ein Mal Die Berge glänzen weiß wie Schnee 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 Die Berge glänzen weiß wie Schnee